Overwatch kombiniert mit Borderlands und das Ganze als Play-to-Earn-Game darf ich vorstellen, der neue Action-Shooter Afterlands. Ziel ist es, in einer wirklich sehr, sehr wilden Welt so lange zu überleben, wie es nur geht. Du musst dabei unzählige Kreaturen abmetzeln, Naturkatastrophen wie Vulkanausbrüche erschweren dir das Zuwalwind. Zum Glück kannst du aber in deiner Umgehung herumlaufen, Kisten und Gegenstände looten, dir neue Waffen herstellen und sozusagen deinen Charakter immer, immer stärker zu machen, damit du dich dieser Herausforderung anpassen kannst und dem Ganzen gewachsen bist. Hinter dem ganzen Projekt steckt das VR-Studio Immersion, welche sich als Ziel gesetzt haben, wirklich ein spannendes, wildes Action-Shooter-Spiel mit einem nachhaltigen, wirtschaftlichen Play-to-Earn-System zu schaffen. Das Projekt Afterland befindet sich somit auch noch ziemlich in den Startlöchern des Gutes, aber dass man jetzt hier früh dabei ist und zum Beispiel noch beim NFT-Sale, beim Token-Sale viele Chancen hat, früh dabei zu sein und am Ende des Videos vergeben wir euch nochmal 10 Whitelist-Plätze, das heißt auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben. Freunde, wir schauen uns das Ganze jetzt ein wenig genauer an. Let's go! Das Play-to-Earn-Game Afterland beinhaltet zwei verschiedene Gameplay-Modus. Erstens der PvE-Modus, wo du sozusagen gegen andere Kreaturen kämpfst und der zweite der PvP-Modus, wo du Freunde und andere Gegner herausfordern kannst und viele coole Rewards verdienen kannst. Im PvE-Modus geht es wie gesagt darum, so lange zu überlegen, wie du nur kannst. Das Spaßige an der Sache ist aber, je länger du durchgehalten hast, umso härter wird es für dich. Die Gegner werden immer stärker, du musst mächtige Kreaturen besiegen und die Natur, die spielt ebenfalls nicht mit. Es gibt Vulkanusbrüche und weitere fiese Fallen, die dich von deinem finalen Ziel abhalten, drei Kristalle zu sammeln, mit denen du sozusagen dann ein Portal schaffen kannst, um aus dieser chaotischen Welt zu fliehen. Am Anfang startest du tatsächlich mit leeren Händen. Ziel ist es also erstmal, die Gegend zu erkunden, um Kisten zu finden, wo du dann wiederum Ressourcen bekommen kannst, mit denen du dir neue Waffen herstellen kannst oder direkt dort welche findest, welche du also sicherlich schlussendlich brauchst zum Survivalen und zum Metzeln. Der PvP-Modus ist ebenfalls sehr actionreich. Du kannst dich nämlich zwischen zwei Ligen entscheiden. Die erste Liga ist sozusagen komplett Free-to-Play, wo du gegen andere Gegner kämpfen kannst und der Gewinner bekommt Rewards in Form von NFTs, Skins oder ähnlichen Collectibles. Du kannst aber auch durch den Besitz des Season Pass an der Liga daran teilnehmen. Hier geht es also darum, Gegner herauszufordern, Punkte zu gewinnen, um somit am Ende der Season ein hohes Ranking zu haben, um dementsprechend mit PvP-Rewards überschüttet zu werden. Die ersten NFTs, die im Play-to-Earn-Game erscheinen werden, sind diese Schlüsse, die wir hier sehen können. Und die haben tatsächlich eine wichtige Funktion. Diese Schlüsse sind tatsächlich die Voraussetzung dafür, dass du tatsächlich Tokens generieren kannst, während du spielst. Denn in deine Wohnung platzierst du sogenannte Maschinen, die unter anderem Ressourcen für dich herstellen oder aber auch unter anderem die Triche, die du dann da wieder verbrauchst, wenn du in der PvE-Welt unterwegs bist, um Kisten aufzuschließen, um dort dann die Tokens herauszubekommen, welche du dann entweder wiederum nutzen kannst, um deine Maschinen abzugraden oder sie gegen echtes Geld zu verkaufen. Du kannst aber grundsätzlich Afterland spielen, ohne einen einzigen Cent hier in das Projekt investiert zu haben. Das heißt, Afterland ist unter anderem auch Free-to-Play und somit für jeden zugänglich. Ein paar weitere wichtige Informationen über das Projekt Afterland. Erstens, das Ganze wird auf die Mutable X laufen, das heißt sowas wie Gas Fees, also Gebühren fürs Minting, fallen hier wirklich so gut wie auf Null. Zweitens, der PvP-Modus soll tatsächlich auch eine große Rolle einnehmen, denn in Zukunft wollen sie das ganze Spiel auf jeden Fall auch eSport-ready machen. Mit dem PvE-Modus wollen sie tatsächlich die breite Masse erreichen, weshalb es ihnen ebenfalls auch wichtig ist, das ganze Game in der Zukunft auch auf Mobile zu launchen, um nochmal eine ganz andere Reichweite zu erzielen. Und tatsächlich, damit auch alle mit diesem Play-to-earn-Game Geld verdienen können, wird es auf jeden Fall auch ein Scolar-System geben. Das heißt, du kannst dann deine NFTs an andere verleihen, die dann damit spielen und schlussendlich sozusagen ihr euch den Gewinn teilt, also eine Win-Win-Situation. Ein Blick auf die Roadmap zeigt, dass wir hier tatsächlich noch ganz frisch bei dem Projekt mit dabei sind, in Q3, das heißt, das Ganze wurde hier eigentlich gerade erst ins Leben gerufen, weshalb ich tatsächlich vorweg einmal sage, Freunde, wir müssen uns auf ein wenig Wartezeit hier einstellen. Denn so richtig spielbar wird das Ganze halt hier erst in Q4 mit der Closed Beta. Dazu werde ich ja gleich noch die Whitelists verlosen, um dann sozusagen an dieser dran teilzunehmen. Das Ganze in der Open Beta wird dann aber erst in Q1 2023 erfolgen, was aber tatsächlich noch ein wenig hin ist. Interessant wird aber das folgende Event, und zwar das ICO, das ist das Initial Coin Offering. Das bedeutet, das ist das Event, wo die Coins das erste Mal verkauft werden, also die Tokens. Die ist also auch die Chance, wo du den Token zum Startpreis kaufen kannst. Das Ganze soll dann sozusagen im September stattfinden, und auch gleichzeitig der Public Sale der NFTs. Ebenfalls im September sind sozusagen alle Insider-Infos, die mir hier gegeben wurden. Zu guter Letzt, bevor wir jetzt aber irgendwie neuen Projekten vertrauen, aber gar nicht so richtig wissen, wer dahinter steckt, schauen wir uns doch auf jeden Fall nochmal das Team an, welches dahinter steckt. Und zwar ist es das Entwicklerstudio Himerson. Und ich denke, ich habe es komplett falsch ausgesprochen, denn das Ganze ist tatsächlich ein französisches Unternehmen, welches 2017 gegründet wurde und einen starken Fokus auf dieses ganze Thema VR hatten. Aber jetzt wahrscheinlich nochmal den nächsten Schritt gehen und tatsächlich jetzt so richtig tief in diese ganze Blockchain-Gaming eintauchen und hier wirklich mehrere Produkte oder beziehungsweise Spiele gelauncht werden. Und jetzt erstmal beginnend mit Afterland. Das heißt, wer Lust und Interesse hat, kann sich auf jeden Fall mit dem Entwicklerstudio auch noch weiter auseinandersetzen. Hier gibt es noch ein ganzes YouTube-Video, es gibt eine Website und auch im White Paper. Könnt ihr die ganzen LinkedIn-Profile euch einmal alle genauer anschauen, denn das ganze Team ist sozusagen öffentlich verlinkt. Also Freunde, ich habe euch das Play-to-Earn-Projekt Afterlands heute ein wenig genauer vorgestellt. Ich muss tatsächlich sagen, klingt nach einem richtig coolen Spiel, ich mag das Konzept dahinter. Besonders lobenswert und es sieht einfach wirklich spaßig aus, ist so ein bisschen, dass du einfach dieses wilde Metzl-Modus hast, wo du einfach die ganze Zeit auf Kreaturen ballerst und dich durch diese Welt so durchkämpfst und es tatsächlich alles immer mehr im Durchdrehen ist, bis es am Ende wohl einen absoluten Boom geben wird. Ich muss tatsächlich auch sagen, die Grafik mag ich sehr gerne, ich mag diesen leichten Comic-Look, spricht mich persönlich sehr an. Und vor allem cool finde ich, dass es ein Koop-Feature gibt, wo ich mich besonders drauf freue. Das NFT-Konzept finde ich ebenfalls sehr cool, dass du sozusagen deine eigene Wohnung hast, wo du dann diese Maschinen reinstellst, die dir dann helfen, Tokens zu generieren, Gegenstände herzustellen und aber auch diese Social-Funktion hat, da du andere Leute da ja auch irgendwie einladen kannst, mit denen tauschen kannst und und und. Da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich noch nicht alles ganz verstanden, das ist wirklich noch schwer, sich das alles ein bisschen genauer vorzustellen. Da fehlen mir noch so ein bisschen die Sneak-Peaks. Ich werde das Projekt auf jeden Fall vorher folgen, werde euch hier auf jeden Fall auch einmal die Social-Media-Kanäle unten in der Videobeschreibung verlinken, um hier auf jeden Fall auf dem Laufenden zu bleiben und nichts mehr zu verpassen. Mit dem Play-to-Earn-Projekt Afterland tatsächlich mal sowas ganz Neues auf meinem Kanal, NickCoin. Deswegen würde mich hier mal tatsächlich interessieren, was hältst du so von dem Ganzen? Sprich dich das Ganze an? Wenn ja, worauf legst du hier Wert? Oder sagst du tatsächlich eher hier, ach Nick, komm, bitte hör auf, komm ja jetzt nicht mit sowas. Das würde mich tatsächlich mal interessieren, gerne damit einmal in die Kommentare. Falls ihr grundsätzlich das Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall über eine Bewertung nach oben freuen. Und wenn du mehr solchen Content nicht verpassen willst, dann abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, NickCoin. Freunde, stopp, eine Sache noch, bevor ihr jetzt abhaut. Ich habe ganz vergessen, ich wollte ja natürlich noch 10 Whitelist-Plätze hier unter dem Video verlosen. Das heißt, in genau zwei Wochen werde ich 10 von euren wunderschönen Kommentaren rauspicken per Zufallsgenerator. Und diese Personen bekommen dann, wenn sie wollen, einen Whitelist-Platz. Freunde, jetzt bin ich aber wirklich durch für heute. Ich lasse euch jetzt gehen, ich werde jetzt nochmal mir ganz genüsslich kurz den Afterland-Trailer reinziehen, mich ein wenig hypen. Und dann freue ich mich auf euch im nächsten Video wieder. Freunde, haut rein, euer Nick.